1 Mal Du kannst es auch einfach mit 1 Mal rauswerfen, ne? Habe ich! Nein! Doch, jetzt! Oh man... Palim Palim, habt euch alle lieb! Nein! Doch! Nein! Doch! Ja! Sag ich doch! So, was jetzt... Ich komme jetzt gleich zurück gefloddert... Ein Flodderder! Vorher hier noch alles abbauen... Stop! Ne! Ich habe das Wichtigste vergessen! Also ohne das kann ich hier nicht einfach wegfliegen! Ist Explosiv halt so... Ähm... Ein Explosiv-Schaden, wie zum Beispiel bei Krypan... Äh... Ist aus! Müsste alles noch aus sein, ja? Okay! Ich... Ich... Muss... Die Venus besuddeln! Mami auf der Okinon! Was hast du... Äh... Was willst du machen, wenn du hier schon fragst nach... Was? Das will jemand TNT herstellen, kann das sein? Was? Gessi! Was denn? Was will er denn machen? Hä? Ja, du hast doch nach Explosionsschaden gefragt! Was willst du denn machen? Oh... Oh! Hm... He? Ich bin jetzt über... Überfordert... Jo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. warte ich probiere jetzt was aus wenn wenn was und wovon haben wir ja komm ich nehme ich nehme mal was davon ich bin jetzt fertig mitzutieren ja okay ich komme gleich wieder auf den mond warte kurz das war eine kampfansage ich nehme die challenge gerne an nein nein bitte nicht bitte nicht nein was hast du denn ich mach doch gar nichts doch bin ich immer noch auf der venus und baue dir einen riesenpenis den dödel und die nachfahren werden sagen was ist das für ein großer dödel ich bringe nur zivilisation den venus bewohnern na ja läuft sieht gut aus kann so bleiben bei spinner dass das da rein das da rein einmal abbauen was ist das ja 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 jetzt ja 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 ich ja ich ja Ja, ist ja nie grotzen. Johnhead, sieht überhaupt nicht verfressen aus. Das ist nur meine Süßigkeit. Was willst du von mir? Overworld? Ike? Ja? Cassie fragt noch, ob du noch aufnimmst. Ja? Wo fragt sie? Ach so. Ja, ich nehm noch auf. Äh... Was? Nix. Alles gut. Melvin? Ja? Du musst eine Rakete craften. Das war mir so klar, du. Was? Was? Was zum Teufel? Warum hab ich jetzt schon... Ich hab das vergessen. Und ich hab das vergessen. Was zum... Das ist ne automatische Dirtfarm. Ach so, ähm... Okay. Ich wollte irgendwas... So, ich mach jetzt die nächste Rakete. Sissi... Sissi... Hirox, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Roter Dildo. Wo? Wo? Oh! 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 Alles klar. Was macht ihr da drüben? Nix. Wir sind ganz normale Menschen. Ähm... Nein, ich meine, ähm... Ähm... Warum fehlen da eigentlich die ganze Zeit Rocket Launchpads? Müssen die immer neu gemacht werden? Nein, die sind normalerweise auch drin. Hier sind zum Beispiel noch 36 minus 9... Äh... 27 Stück. In der... äh... Dimensional Anchor drinnen. Ach so. Also die brauchst du eigentlich nicht machen. Da haben wir mehr als genug. Gut. So, ich hab jetzt Platz für die Rakete. Durch die Rakete, du. Echt. Raketejagd. Krass. 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 Komm, wir brauchen mal Helium, du. Weisst du? Ich bin mal gespannt, ob meine Ex die zwei Heliumflaschen wieder mitbringen von ihren Eltern. Da sind sie alle ruhig. Was? Ich bin mal gespannt, ob meine Ex die Heliumflasche wieder mitbringt von ihren Eltern. Oh, ich will auch. Du, das Helium kostet ja nicht mal die Welt, ne? Oh, hier. Was ist das Gute? Ähm... Ich wollte jetzt was anderes. Ach so, ja. Hier hab ich das gebracht. Wo kriegen wir Iridium her? Ach, das ist kein Rezept. Was farmt die Sissi nochmal? Lithium. Iridium. Nein. Oder was? Oder Stoff. Wie mach ich Helium? Aus Luft? Gottverdammt. Ernsthaft? Aus Luft? Äh... Auf welchen Planeten ist die Sissi jetzt nochmal? Auf welches aus du? Das wollte ich. Auf Venus. Venus. Achso. Weil auf dem, äh... Merkur gibt's das Iridium, was wir brauchen, um das Solarpedel weiterzumachen. Das werde ich aber dann in der kommenden Folge in Angriff nehmen. Oder irgendjemand anderes. Wasserstoff geht nicht. FD geht auch... Ist das auch schon immer noch da? Wasserstoff geht... Gerade eben sehr leise, also... Ich, ich, ich... Das ist wahrscheinlich mein Laptop. Das ist dein Mikro. Oder die Verbindung. Das ist dein Laptop oder einfach nur die Verbindung? Ja, dass es mein Laptop ist, weil der Laptop manchmal halt so Geräusche von sich gibt. Aber du wirst jetzt auch wieder laut und leise, das ist... Aus Beryldium macht man Helium. Discord spinnt halt momentan. Toll. Ey Leute, wir können uns bald einen Netherstern machen hier. Für was brauchst du einen Netherstern? Ehm... Ehm... Ja... Ist ne gute Frage. Okay... Da, die hier. Und wir... Irgendwo... Elektrical Steel... Ach hier, für dieses komische... Sodarmodul 3. Für diese Quest. Iridium. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Mal kurz auf, K. Okay. Teilbox, davon rede ich die ganze Zeit. Was? Von dem Iridium, dass wir das brauchen. Hä? Was brauchen wir denn? Was denn für ein Iridium? Für die Quest, wo es ums Solarpendel geht, brauchen wir Iridium. Helium. Teilbox, geh mal bitte ins Questbuch. Ja, für die zweite, ja natürlich. So, und für das Solarpendel 3 brauchst du Heavy Duty Plates. Und die machst du aus Iridium Platten und Iridium Kristall. Ja, ich, es ist mir gerade so hoch. Lasst mich doch alle in Ruhe. Was ist? So, ich hab' keinen Bock mehr. Ich muss echt zum nächsten Planeten flattern. Das da rein, das da rein, das da rein. So, ich mach' jetzt ne richtig geile Energieleitung, ja. Hammer schon. Nein, ich meine noch ne bessere. Wir haben schon die beste von, ähm, Ende I.O. die es hier gibt. Die mit 81.000 RF pro Tick. Ja, natürlich. Da ist. Aber, was? Wir haben hier nichts mehr. Wo? Wir haben hier kein Strauch. Dann ist entweder Nacht. Ja, es ist Nacht und da wird sowieso nichts produziert. Nee, ist leer. Müssen wir warten. Außer du nimmst unten aus den Dingern das Holz raus. Da oben in der Ecke. Da ist Holz. Braves T-Tox. Braves T-Tox. So, was darf ich jetzt unten durchhauen, damit du wieder ein neues Zeug für deine Dinger da kriegst? Was? Na hier, du brauchst doch bestimmt wieder ein neues Material zum Sortieren. Was darf ich jetzt alles klein machen, damit es dich wieder durcheinander bewirft? Äh, ist da keine Luft mehr drinne? Da waren zwei, äh, Oxygen Tanks drinne. Sind doch zwei hier drinne? Neben den Star Containern. Mach die leeren direkt hier rein, da fülle ich die off. So, habt ihr auch wieder zwei voller rein gelegt. Damit kriegt man das nicht. Okay. Sissi stürt ganz schön oft. Der sollte vielleicht nicht so viel mit dem Mops rumknutschen. Das ist ein bisschen mit dem Mops rumknutschen. Der will das wand, kann ich hier raus? Das dort hin, das dort hin, das Essen kann drauf, oh Gott. Ich frag mich warum Melvin einen Eimer gecraftet hat. Wir haben in einer Kiste acht Stück. Wer ist denn jetzt eigentlich? Jetzt generieren wir wieder Strom. Sehr schön. So, bin wieder da. Melvin, nimmst du bitte dein Handy vom Mikro weg? Hab ich. Man hört übelste Störgeräusche. Jetzt auch noch? Nein. Hier Melvin, hast du den Eimer neu gecraftet? Welchen? Oder die Eimer, die du in die Dimensionalchist gemacht hast? Ja, weil ich keinen gefunden habe. Acht Stück in einer Kiste. Oh. Egal. Ja. Ist nicht so schlimm. Kann ich hier draußen die Fuel loader mal voll machen? Damit wir zum nächsten Planeten können. Ist die Cassie eigentlich noch da? So, mein Liebes. Äh, Leg? Ne. So, ich brauche jetzt die T3 Rocket. Mach das. Hier springt ein Tyrox rum. Das sieht manchmal so dämlich aus. Diese Effekte, wenn man die baut, ist cool. Riecht daran, dass es dämlich ist. Warum machst du es dann? Weil ich Strom brauche. Ich zapfe mir hier ein bisschen Strom ab. Warum? Darum. Darum. Ich frage einfach nicht nach. Warum? Ne. Warum zapfst du dir einfach Strom ab? Weil ich Bock habe. Weil ich Bock habe. Ich habe jetzt zwei Raketen. Also Tyrox, wenn ich Bock habe, gehe ich doch auch nicht zu einer Frau und zapfe die an. Ich meine, ich dieses Bock habe. Achso. Jetzt brauchen wir doch diese Launchpads. Warte, Melvin, warte, 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 warte. Okay. Soll ich die schon mal drauf stellen? Ähm, wir brauchen... Ja, kannst du drauf stellen. Da können die nämlich befüllt werden. Ui. 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 So. Genau. Meine steht dann hier hinten. Skidu. Eins, zwei... Eines auf einem anderen Planeten. Eine fehlt noch. Die, die du kaputt gemacht hast. Du hast doch jetzt noch mal eine extra gemacht, oder? Ne, also ich habe zwei gemacht. Sissi hat eine. Hier stehen drei, es sind vier. Nein, fehlt normalerweise noch eine. Okay. Lass dir Zeit. Ich glaube, Cassie ist sowieso gerade nicht wirklich da. Ja, die ist doch explodiert, die eine. Ja, und da habe ich ja gemeint, du musst noch eine neue machen. Ja, äh. Okay. Ach, Melvin, nimm es nicht so tragisch. Andere haben gar keine. Wie z.B. Wie z.B. Du. Ja, ich weiß. Eben. Boah, jetzt meine Rakete. Also, ich benenne jetzt meine Tier 3 Ike. Das ist meine, die Blut bei Miao. Womit ist der Pflege und zu Ende.